Ich glaube, man darf nicht mit dem Mindset rangehen, boah, ich will jetzt Instagram oder Social Media starten, um ganz viel Geld zu verdienen, sondern es muss eine Leidenschaft von einem sein. Man muss hinter dem stehen, was man tut, dass man auch überhaupt erstmal so lange am Ball bleibt, bis da irgendwas bei rumkommt. Du hast das ja eigentlich, muss man ja sagen, alles richtig gemacht. Du hast jetzt die Zeit, wo es auch noch nicht wirklich Ertrag bringen musste, in einer Zeit geleistet, wo du das nicht gebraucht hast und jetzt geht es bei dir sozusagen die Post ab. Hoffen wir. Anke, wie ist das bei dir? Bist du zufrieden mit dem Outcome? Ja, mittlerweile schon und ich kann das, was die Maja gerade gesagt hat, nur absolut unterschreiben. Man darf da nicht mit dem Anspruch drangehen, dass das sofort Kohle abwirft.